was zum teufel warum sind das jetzt drei warum werden das immer mehr das ist das hier irgendwie warum habe ich diese komischen schwarzen punkte jetzt überall werdet ihr die komischer grafik bug passiert hier gerade über schwarze punkte und es sind drei annas drei annas anna hast du meine quest danke ich habe das doch passiert weil ich eigentlich gerade essen sollte du bist pausiert nee was ist denn das hier kann man das mal erklären warum zum teufel sind hier drei annas eine anna ist verschwunden hast du die eine anna in eine kuh verwandelt okay gut ich gehe dann mal weiter hier gab es nicht zu sehen nein alles alles ganz normal ich meine es sind immer noch zwei anders aber 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 der rest ist halbwegs normal tschüss